Ja, kommen wir nun zum Thema Heimvernetzung. Das Thema Heimvernetzung ist ja seit Jahren ein Thema mit ganz hoher Priorität hier bei uns bei Technisat und wir haben auch immer wieder über kostenlose Software-Updates weitere Netzwerkfunktionen in unsere Geräte integriert. Schauen wir uns die Einstellungen hier bei unserem TechniPlus EASIO dazu einmal an. Und zwar wenn wir hier das Menü aufrufen, Einstellungen, da finden wir in den Sonderfunktionen den Punkt UPnP. UPnP steht für Universal Plug & Play. Es handelt sich also um eine, ja ich sage mal, eine Art Netzwerksprache, damit Geräte sich im Netzwerk intuitiv verstehen und miteinander kommunizieren können. Rufen wir diesen Menüpunkt auf, dann haben wir als zweite Funktion hier den UPnP-Server und damit wollen wir mal beginnen, indem wir den Server, also praktisch den Bereitsteller für das Netzwerk, einfach mal aktivieren. Wir haben dann die Möglichkeit, das ist hier auch schon voreingestellt, zu sagen Live-Inhalte sollen ins Netzwerk gestreamt werden. Wir haben dann den Punkt Konfiguration via HTTP. Das bedeutet, dass wir auch die Möglichkeit haben, mit dem Browser unseres PCs auf den Fernseher oder den Receiver zuzugreifen. Und wir sehen dann das UPnP-Medium. Das UPnP-Medium bedeutet hier in dem Falle, die extern angeschlossene Festplatte ist jetzt über den Server an das Netzwerk freigegeben. Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Fernseher jetzt praktisch ihrem gesamten Heimnetzwerk signalisiert, hier bin ich, ich habe Filme, ich habe Fotos und ich habe auch Musik, also Multimedia-Dateien und jeder, der möchte, jeder, der UPnP kann, der kann mit mir sprechen und sich diese Daten praktisch anfordern. Des Weiteren, der Punkt Live-Streaming, heißt, dass wir hier natürlich auch nicht nur diese Daten von der Festplatte abrufen können, die ja hier freigegeben ist, sondern eben, dass wir auch auf einen der Tuner hier im Gerät über das Netzwerk zugreifen können. Und das ermöglicht natürlich Funktionen, wie beispielsweise, dass Sie mit einem Gerät vielleicht im Schlafzimmer, wenn Sie dort gar keinen Satellitenanschluss haben, auf das Gerät im Wohnzimmer zugreifen können, auf den internen Tuner und dass Sie dann über Ihr Netzwerk natürlich auch Fernsehen schauen können. Ja, und das auch natürlich in Hochauflösung. Sie haben hier unten die Möglichkeit, Ihr Gerät auch umzubenennen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben zwei Geräte in einem Haus, dann könnten Sie jetzt sagen, eins heißt Wohnzimmer, eins heißt Schlafzimmer, damit Sie auch intuitiv in Ihren Listen wissen, wo Sie sich bewegen. Ich bestätige das Ganze jetzt mal mit der grünen Taste, verlasse das Menü und ich schalte jetzt unseren Fernseher, der ja jetzt als Netzwerkserver konfiguriert ist, schalte ich mal um auf den Anschluss HDMI 1. Am Anschluss HDMI 1 haben wir ein Techni Digit Easy OS 2 angeschlossen. Und Sie sehen, das Gerät verfügt beispielsweise jetzt hier in dem Falle gar nicht über ein Signal. Wir haben also keinen Antennenanschluss hier belegt in dem Gerät. Und jetzt kann ich Ihnen trotzdem mal die Netzwerkfunktionen zeigen. Der Digit Easy OS 2 ist jetzt unser Netzwerkklient. Der Fernseher selber ist der Server. Und über das NAV-Menü kann ich jetzt im Prinzip die Funktionen abrufen. Dazu wähle ich mal NAV-Menü Filme. Und jetzt sehe ich meine Netzwerkspeicher, die hier bei uns im Netzwerk im Prinzip zur Verfügung stehen. Wir sehen, wir haben einen Netzwerkspeicher. Das ist hier eine FRITZ!Box, ein Nasslaufwerk von der FRITZ!Box, welches hier angezeigt wird. Die FRITZ!Box verfügt ebenfalls über einen Media-Server. Das heißt, wir könnten auch auf diese Daten zugreifen. Und wir finden hier den Digit Easy OS 2 selber. Der findet sich also selber auch noch über UPnP. Und wir haben dann den Technik plus Easy OS, den wir hier eben eingestellt haben. Und auf den Fernseher wollen wir jetzt zugreifen. Bestätigen das mit OK. Und haben jetzt eben wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir können uns alle Videos anschauen. Wir können Videos nach verschiedenen Datum suchen. Wir können direkt in den Ordner eigene TV-Aufnahmen reinschalten. Oder wir können auch in die TV-Liste schalten für das Live-Fernsehen. Vielleicht fangen wir damit an. Ich habe jetzt die TV-Liste ausgewählt. Und Sie bekommen jetzt hier im Prinzip die Programmliste so angezeigt, wie das auch im Fernseher hinterlegt ist. Und ja, Sie sehen, ARD-HD hat jetzt nach ganz kurzer Zeit auch begonnen zu laufen. Das können wir natürlich jetzt auch auf groß schalten. Es dauert ein ganz kleines bisschen länger, als wenn Sie das jetzt mit dem Satellitenanschluss hätten, weil natürlich hier im Bereich Netzwerk erst ein paar Sekunden gepuffert wird, bis Sie dann das Fernsehbild haben. Umschalten können Sie dann wieder mit der OK-Taste, wie man das gewohnt ist, ganz normal zwischen den Programmen praktisch hin und her. Und das ist dann also eine gute Möglichkeit, um auch ein Fernsehsignal in einen Raum zu bringen, wo Sie vielleicht ansonsten keinen Fernsehanschluss haben. Natürlich können Sie diese Funktion des Livestreams auch benutzen, um beispielsweise mit Ihrem Tablet-PC, da bieten wir Ihnen ja auch ein schönes App an, da kommen wir später noch zu, um also auch mit Tablet-PC im Prinzip Fernsehsendungen zu empfangen von Ihrem Fernseher oder Receiver. Wenn Sie denn dann mal eine Nachrichtensendung im Garten auf der Terrasse anschauen möchten, dann ist das natürlich möglich in dem Bereich. Ja, nicht nur Live-Fernsehen. Sie erinnern sich, wir haben auch die Festplatte, die hier am Fernseher angeschlossen ist, für das Netzwerk freigegeben. Und natürlich kann ich auch da in das Verzeichnis der eigenen TV-Aufnahmen reinschalten mit dem Receiver. Da sehen wir jetzt nur eine Aufnahme, die wir haben, diese Aufnahme Neuseeland von oben. Die ist von ServusTV in HD, also auch mit ganz hoher Datenrate hier bestückt. Und diese Aufnahme spielen wir jetzt mit dem Receiver ab. Müssen Sie sich vorstellen, der Receiver steht jetzt halt im Schlafzimmer, der Fernseher, der Server steht im Wohnzimmer und so können Sie halt ganz bequem überall im Haus multimedial diese Sachen abrufen. Natürlich können Sie wie gewohnt in Ihren Aufnahmen hin und her spulen, die Werbung überspringen und so weiter. Also da haben Sie keinerlei Einschränkungen. So, kommen wir nun zum UPnP-Renderer. Wir haben ja eben im Menü den Server eingestellt. Wir sind jetzt wieder hier auf der Oberfläche unseres TechniPlus EASIO und gehen wieder in die Sonderfunktion UPnP rein. Und wir sehen hier gibt es auch noch die Möglichkeit, einen UPnP-Renderer dazu zu schalten. Was bedeutet nun das Thema Renderer? Als Renderer müssen Sie sich vorstellen, hier ist es so, dass der Fernseher dem Netzwerk signalisiert, dass es sich um ein potenzielles Ausgabemedium handelt. Wenn also beim Server der Fernseher sagt, ich habe Videos, ich habe Fotos, ich habe Musik, wer möchte sie haben? So sagt er beim Renderer im Prinzip, ich kann abspielen Videos, ich kann abspielen Musik, ich kann Fotos wiedergeben. Wer möchte sie mir geben? Ja, so muss man sich das ganz vereinfacht im Prinzip im Netzwerk vorstellen. Den Renderer brauchen Sie vor allen Dingen dann, wenn Sie im Prinzip Ihr TV oder Ihren Receiver mit einem Drittgerät auch noch bedienen möchten. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht hergehe und gehe über das NAV-Menü und fordere mir die Daten quasi an, dafür brauchen Sie den Renderer nicht, ich zeige Ihnen das mal eben, wenn Sie sagen NAV-Menü filme, dann kann ich jetzt natürlich hier mit der Fernbedienung wieder auf mein Digit EOS 2 zugreifen und mir die Daten alle anfordern, das ist überhaupt kein Problem. Dafür brauchen Sie nicht den Renderer, den Renderer brauchen Sie eher dafür, dass Sie eben sagen, mit einem Drittgerät, wie beispielsweise ein Tablet-PC oder ein Smartphone haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten multimedial praktisch in die einzelnen Richtungen, in die einzelnen Geräte zu schieben. Dafür brauchen Sie den Renderer, das wollen wir gleich auch mal zeigen. Dafür hole ich jetzt mal ein Technipad. So, ich habe jetzt mein Technipad Mini hier. Auf dem Technipad Mini ist die Multiplay-App von Technisat drauf und diese App ist in der Lage im Prinzip die Daten in meinem Heimnetzwerk zu steuern. Wir haben ja hier am Fernseher den Renderer aktiviert und ich habe jetzt die Möglichkeit, praktisch die Speicherorte in meinem Netzwerk hier am Tablet zu durchsuchen und zu sagen, welche Bilder, welche Filme möchte ich jetzt am Fernseher wiedergeben. Ich gehe jetzt hier mal auf den Bereich Fotos, da müssen wir mal schauen, was wir hier haben. Ich habe jetzt hier auf dem Tablet einige Welcome-Screens von Hotelprojekten, die wir gemacht haben und ich kann jetzt hier ganz bequem mir im Prinzip die Bilder ausschauen, die ich zeigen möchte und wenn ich ein schönes habe, dann klicke ich das entsprechend an und der Fernseher wird gezwungen eben über UPnP, über den UPnP-Renderer, diesen Welcome-Screen jetzt hier entsprechend anzuzeigen. Natürlich kann ich jetzt hier auch praktisch durch die Diashow weiterwischen auf dem Tablet und es kommt dann auch automatisch das nächste Bild wieder auf dem Fernseher zum Vorschein. Ich kann aber natürlich das Programm auch verwenden, um nicht jetzt Bilder oder Filme vom Tablet-PC zum Fernseher zu bringen, sondern ich könnte auch sagen, wir haben ja in unserem Haushalt jetzt hier in dem Falle eine FRITZ!Box mit einem Mediaserver dran. Ich kann also das Tablet auch ganz hervorragend verwenden, um zu sagen, die Daten kommen jetzt nicht mehr vom Tablet selber, sondern ich schalte um im Prinzip auf den FRITZ!Media-Server und könnte jetzt mal schauen, ob wir da Bilder hinterlegt haben. Dann sage ich alle, oh ja, tatsächlich ein Werbebild ist dort hinterlegt und das ist jetzt etwas, was eben vom Speicher der FRITZ!Box kommt. Genauso kann ich das auch verwenden, um eben zu sagen, okay, mit dem Tablet steuere ich dann eben, dass ein Film, der auf dem Receiver gespeichert ist, dann hinterher am Fernseher läuft. Ich kann also über diese Funktion UPnP-Renderer und Server dann eben auch mit einem Drittgerät wie eben dem Tablet die komplette Vernetzung zu Hause bedienen.